Einen wunderschönen guten Morgen. Es sind nur noch zwei Tage. Ne, drei sind es ja definitiv. Aber es sind glaube ich nur noch zwei Songvorstellungen. Und wir haben ein grandios Album am Freitag mal am Laden stehen. Und wir freuen uns tierisch drauf. Am Freitag geht es dann zum Release ins ZDF, ins Frühstücksfernsehen. Das heißt, wieder früh aufstehen, so wie heute und Musik machen. Ich bin gespannt, wie es wird. Es wird bestimmt geil. Und ja, viel Spaß mit Breathing in. Wir sehen uns in Berlin. Falls ihr in Berlin wohnt und das sehen solltet. Wir sind um 15 Uhr in Berlin und würden ganz gerne mit euch das Album kaufen. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar andere Stationen, vielleicht dann auch hier in unserem Hometown Wesel, ausmachen. Guckt, wenn ihr Bock habt, kommt rum und bleibt auf dem Laufenden. www.erbit-music.de Guten Morgen, over and out. Breathing in. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020